Yo, Biddy. Biddy! Noch einer? Ich komm, ich komm, ich komm. Komm her! Komm her! Welcome back! Aufnahme stoppen. So, steht da jetzt. Nice. Ja, nachher müssen sie sich wieder geschicken oder so. Das wäre da belastend. Was hast du denn? Okay. Vielleicht kann man sich daraus Kleidung machen, aber Kleidung macht keinen Schutz. Weiß ich nicht. Kleidung macht wirklich Schutz oder nicht? Weiß ich nicht, wir haben ja auch Kleidung an. Meist du, Baumwolle oder so macht einen Schutz? Richtig schöne Stoffkleidung? Nee, wäre dann Leder oder irgendwie Eisen. So. Biddy ist das für Lamp-Papier, denke ich. Dreh ich um und geh. Find's denn aus? Ja, ich spiele Minecraft. Okay, gleich mal noch zum Kacken. Ja, Kappi! Aua! Oben oder wo bist du? Wirklich unten. So. Ah! Zwei! Twenty! Nice! Alter! Ja! Hörst du langsam was kackierst, ne? Bisschen, ne? Yo! Hey! Noch einer? Ich komm, ich komm, ich komm, komm! Komm her! Komm her! Oh! Oh! Wir fass... Oh! Wir fass tot! Easy. Na komm, noch einer. Oh Gott! Aber da hängt grad noch fest. Ich beschätze, ich beschätze dich. Krä. Du sollst aber hochlaufen. Der steckte grad fest. Okay. Wo geht's denn hoch? An der Seite. Ja, genau. Ah! Leut! Nein! Oh! Ja! Hier oben ist wieder einer. Oh ja! Kommt! Ist da! Alter, 20 damage ist auch nicht so wenig! Nee! Alter! Ich glaub, ihr fordert das mit so'n End-Boss halt nicht raus. Hab so'n Gefühl. Ist doch voll Adventure Map hier. Okay, noch einer. Komm her! Wo fähre ich hier eigentlich durch, Kind? Was sind denn? In Chemikalien hab ich so'n viele. Was machen wir damit? Weiß ich nicht. Batterien! Kit! Irgendwie Motor wär mal geil oder so. Glasblock hab ich, geil! Was Neues aber das bringt mir nix. Oder uns nix. Nix. Ich weiß nicht viel mehr. Da haben wir Chemikalien, geil! Karotte und Bezin! Oh! Alter! Wolltest du ja Baby-Freisches machen? Ja, weil du unser Baby beziehst. Also, du bist das All-In-B. Handy, was zu essen? Ich hab's dann nicht offen. Echt ich? Okay. Nee. Muss ja vor den Souvenirs stehen lassen. Hehehe. Lade. Hehehehe. Sieh doch nicht sogar alles. Potatoes, Samen, geil! Geil! Oh! Oh! Hier ne gelbe Kiste! Gelbe Kiste? Oh! Hier, hinter dir! Wuhu! Warte! Nice! Invertarf, what the fuck? Das sieht geil aus auf jeden Fall. Ja, ich hab invertarf heute. Warte mal jetzt. Häh, ich auch. Ähhhhhh. Licht kommt raus. Verkaufstück kommt raus. Was kommt raus? Hehehehe. Hehehehe. Das Licht! Ah! Was ist das? Weiß ich nicht. Ne, 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 ne! Das ist ein Block nicht gefunden. Ein Block nicht gefunden? Ja. Die Block nicht gefunden. Wer steht bei mir? Falsche Übersetzung? Anscheinend. Geht man mal her? Ja, warte. Das ist ein Block nicht gefunden. Hast du noch ein Block nicht gefunden? Hä? Ich krieg du... Garment Box. Das ist es. Use it to dress box to make new clothes. Ach, damit machen wir neue Kleidung. Aha. Okay. Schmutz. Schmutz. Legendäre Kiste. Schmutz. 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 Aua. So. Richtung Hauptstrasse. Strasse. Oh, ich brauche Essen. Hast du noch was? Ja. Ich habe Plaschen voll. Nice. Ich habe gegessen Tankstuff und gegessen Essstuff. So. Oh. Weißt du, was ich irgendwie komisch finde? Was denn? Bei allen Blöcken, die ich einsammel, ne? Ja. Heißt denn die... Alle Blöcken nicht gefunden. Hey, Deutsch ist gut bei dir, ne? Deutsch ist super. Warte, ich stelle ihn kurz um auf Englisch. Oh, das kann ich jetzt, oder? Mit, mit dem Wald. Ja, jetzt kannst du umschli... Jetzt bleib ich jetzt... Jetzt steck mich auf dem Felsen, bin geschlützt und du bist das Opfer. Äh, warte, wo war das nochmal? Ich glaube, ich ist ja zum Glück jetzt nicht mehr so weit. Schleppel. Äh, wo war denn die Einstellung nochmal? Alter! Ich... Ich wollte dich nur zumal in die richtige Richtung schlagen. Ja, Alter, hab ich mich verpferd, ey. Was erfährt denn? Ja. Oh, ich hab ein neues Geräusch gehört, das gefällt mir nicht. Nee, ich glaub, das sei von den kleinen Pissern. Das ist ein kleiner Pissern. Bam, 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 bam! Ich verstehe aber nicht, warum die Roboter so böse sind. Ja, die ist ja durchgedreht. Sprung oder Schlüssel? Die haben wir glaube ich. Ja, da haben wir die einfach gerade verprügelt und gut ist. Ja, ne, siehst du ja, dass es nicht geht. Wir sind einfach die Übermenschen, deswegen. Sollen wir das spawnen oder wie sieht das hier aus? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo wir sind. Wie gesagt, eine Karte wäre ich voll. Ja, ja. Einfach gerade auslaufen, einmal wird es schon wieder richtig sein. Irgendwann muss die Straße kommen. Die können wir nicht übersehen. Und dann einfach folgen. Easy. Das ist jetzt eine Straße. Halbwegs. Nee, das ist gar keine Straße. Loll. Guck mal. Kühe? Wer hat die Kuh geschlachtet? Du Biest! Alter, kommt doch immer so ein Roboter rein. Arme Muku. Muku, böse Muku. Da bricht gar nichts. Das fährt weiter. So viel zur Straße. Straße! Oh! Komm weiter, komm weiter, komm weiter! Strasse! Ah ja, jetzt sind wir wieder am Anfang. Ja, jetzt sind wir ausbedingt. Ah! Ah, klar! Weiter geht's! Ne, 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 ne. Das ist ein Endlichkei! Viel weiter! Denn es ist auch wieder was geiles, weil ich sehe was. Zwei! Ja! Komm, Mäfer! Mäfer! Zwei! 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 Ich hab gespielt! Geil! Ich hab gespielt! Meine Toilette! Geil! Ein Sitz wäre noch geiler, aber wir haben eine Toilette als Deko. Auf jeden Fall! Geil! Kann ich nicht auch als Fahrzeugsitz machen? Nee! Scheiße! Dafür meinte ich den Sitz vergegnet. Wir wären eine Deko-Toilette! Schlampe! Geil! Und? Ja! Ja! Du musst auch hier wobei ein Auto rumstehen, oder nicht? Hier stehen auf jeden Fall wieder Rohrweiterung. Die gehen aber wild auf Kür drauf, ne? Guck mal dahinten, da steht auch ne Kuh. Ja! Die Kuh gekillt! Die können ja gar nicht gekillt werden, glaub ich zumindest. Doch! Hier die Fleisch, jetzt guck! Ja? Ja! Die Kuh gekillt, dann kann Fleisch. Nice! Hallo, das ist richtig schön. Boxteck! Ja, guck mal an! Easy! Guter Roboter! Hallo! Nö! Guck, ist hier mein Lift, oder was? Ja! Du frechdachst du! So billig! Na komm! Na guck mal was da oben ist! Na guck mal was da oben ist! Was macht's bei dir? Ja! Ne! Ne! Dann nicht! Das dauert mir so lange! Wehe! Das ist nix! Hier ist nix! Okay, dann wir runter! Was kommt! Was kommt! Na dann hast du schon wieder ein Schild! Auf der Straße ist ja bisher easy! Naja! Wenn auch mal einfach für euch geht rum und wird nix! Das ist nicht belastend! Ja! Ich freue mich schon auf die Kommentare! Hey! Full Noobs! Hättet ihr aber nur den Container auseinander nehmen müssen und dann hättet ihr ein Flugzeug! Ist so! Aber jeder weiß das erste Mal ist immer das Schwierigste! Oh Gott! Entschuldigung! So darf ich nicht mal die... Wow! Klauter mir das Möhrchen von der Nase weg! Wie in echt! Äh! Ah! Es ist! Alles klar! Regen! Wenn du essen willst, musst du mich fragen! Wow! Essen mit Tomaten werde ich geschlagen und dann klauter mir die Möhre! Richtiger Svenny! Ich esse eben ein Radieschen! Oh ne Rübe! Was ist das? Lass die Rübe klauen und dann wechseln! Ich hab dir ne Karotte geklaut! Ja das ist doch ne Rübe-Karotte! Nee! Du musst ja schon da gleiche Begriffen nennen! Entweder ne Rübe... ...oder ein Radieschen hab ich gesagt! Karotte ist was anderes! Ja wenn du hier jetzt zwei verschiedene Dinger nennst und dann den zweiten Vergleich mit dem ersten... ...ist natürlich auch schwer! Äh... Man munkelt! Dann wird das... ...wann fehlt der Satz wieder! Okay da hinten ist wieder irgendwie was komisches! Ja! Punkt! Achso! Roboter Roboter! Roboter Roboter! Hau der Kopf grad gegen den Stein oder war das mit dem falsch? Ja! Jetzt wird gefährdet! Mach der mich nicht! Wollte grad sagen mach der mir schaden oder so! Durch den Zaun gehammert! Eigentlich hat er mich durch den Zaun gehammert! Aber okay! Oh komm hier muss aber ein vernünftiges sein! Ich will doch nur ein Auto! Ja und dann bauen wir einfach den... ... und dann bauen wir den... ... äh diesen... ... äh diesen... ... Krabbenburger Wagen aus Bodvorknacht! Ja man! Aber wir fahren hier keine 30 kmh, ne? Doch aber... Stein ist ein Funkmast! Okay da... ... da schlaft die Roboter! 100%ig! Ja! Wir haben einfach gar nichts gefunden! Und auch... ... hätten die jetzt hier schon längst an dieser Stelle mit dem Panzer rumlaufen müssen oder so! Weil es gäbe jetzt einen Endboss bestimmt! Das ist ja so lustig! Von Wahrheit ist das kein Gebäude, das ist der Endboss oder so! Oh Roboter! Roboter! Fix! Fix! Bam! 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 Ah! Easy! Na ja... Straße ist... ... okay... ... links ist auf jeden Fall nachher auch wieder ein bisschen Bad! Also wir haben ja gar nicht die Straße verlassen! Ja... Links ist auch so ein Funkmast und so! Ja... ... jetzt sind wir hier in hohem Gras! So fühle ich mich hier! Da wäre der erste Name für Pokémon! Okay, jetzt sind die gleichen Roboter und wir auch! Okay, das sind also die Roboter, die wir weglaschen können! Genau, die Kacknoobs! Kommt her! Oh lol! Zwei! Zwei! Sven! Oh, ich bin auf der ganz anderen Seite! Warte, ich komm! Easy! Weiß nicht, glaube ich, schon nach oben, ne? Ah, ich hab... Boah, aber ist jetzt bei mir Musik rein! Ja, bei mir auch! Äh... Hab ich jetzt die Musik freigeschaltet, oder? Ne, das ist bestimmt, wir sind eh gleich tot! Hey! Haben die mich einfach runtergeboxt! Lebst du noch? Ja, ich lebe noch! Okay... Der verteidigt... Okay... Eiser! Als wenn... Ich bin tot! Wir sind vier Stück! Wir haben hier runtergeboxt! Wir gehen mit deinen Sachen! Das wäre, glaube ich, ein gutes Fazit für Ende, ne? Ich hab damit nichts mehr! Ja! Ja! Ja Leute, vielen Dank! Was, was denn? Kannst du mich wieder beleben? Wo liegst du denn? Im Maisfeld! Ja, toll! Was denn... Nicht die Heunadel im... Äh... Im Heuhaufen! Sondern... Sondern sind Sven im Maisfeld! Weiter! Ne, andere Richtung rechts! Zurück, 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 zu mir! Ja! Rückwärts, rückwärts! Rückwärts, ja! Du siehst deinen Namen, oder? Ja, ja, ja! Weiter, zu mir, weiter, ja! Weiter! Zu, nein! Kalt Richtung! Anderes! Kalt! Wärmer! Kalt! Kalt, 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 kalt! Kalt! Warm, 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 warm! Warm, 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 warm! Komm, komm! Andersrum, andersrum! Kalt, 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 kalt! Warte! Hier! Richtige Richtung! So, jetzt links! Jetzt springen sie zu mir! Links! Ja! Warte! 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 Allesrum! Einmal andersrum! Genau! Ganz warm! Ganz warm! Ne! Nein! Bei mir uns nicht ein wenig Quaschen, aber eine Einwält什么 kalt! Ngott! Wow! Oh man! So ne Scheiße. Jetzt stehen da vier Roboter. Wie gesagt, weißt du? Ja, du kannst bestimmt besterben gleich. Tot. Oh Mann, wie mieser das denn? Vorher doch so angekündigt, wir sehen, dass die Roboter bestimmt nicht mehr so wegklatschen können, ne? Ja, die Karten. Ups. Oh Mann ey. Ah! Ah! Yo. Leute! Einer hat sich totgestellt. Die Fotze. Luh! Oh je je! Nein immer mehr! Wir sind ja Spawn oder so. Meinst du? Es ist fünf Stück erledigt oder so. Alter. Einfach rückwärts laufen, dann können die nicht ab. das war nicht so, einfach schlagen und rückwärts laufen, die laufen einfach rein in den Schlag. Ok, ich will meine Tasche zurückhaben. Ja, ich warte wieder. Der Roboter auch. Alter, oh Gott, kleiner Roboter. So, jetzt wieder gelangweilt laufen. Ja, weißt du, was das für den Marathon jetzt ist, dass ich laufen muss? Ja. Ich bin ja auch schon gelaufen. Ja, ich ja zweimal. Ja, du bist ja auch ein Lubiker. Ja, was kann ich dafür, wenn die mich einfach von oben runter klatschen? Ah ja, nur fünf Stück. Weißt du, erst hat mich der eine runtergeklatscht, dann gehe ich wieder hoch, voll so, ja jetzt kannst ich den weg. Oh, aber mir steht da so viele Roboter vor mir. Ja. Wir haben Wasser gefunden. Scheiße, ob ich einen Topf habe, ist so easy. Wasser. Leg dir eine Kiste. Geil. Ich habe einen Motor gefunden. Echt? Ja. Okay, lass uns ein Auto bauen. Wir haben keinen Sitz. Fahrrad. Fahrrad. So, City-Roller, Inliner, irgendwas. Ne, ne. Ich habe einen Auto. Hier gibt es kein Auto. Das Ding hat einen Sitz. Ich schlage jetzt noch ein Ding. Wenn ich einen Sitz finde, ist es easy. Oh Mann ey. Ja, ich weiß, dass ich durstig bin. Ah. 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 Bist du in der Nähe vom Maisfeld? Ich bin gleich im Maisfeld. Lauf dir entgegen. Ich habe rote Beete. Da brauchst du eher Wasser oder? Wasser. Ich gebe dir gleich die Blaubeere. Die ist alles. Hörst du? Sveni? Kühe? Nein, ich bin bei der. Ich sehe dich, ich sehe dich. Sveni. Warte. Da. Blaubeere. Snaggeln. Jaaaa. Dankeschön. Wo ist meine Tasche? Da. 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 Da bin ich links quasi. Jo, ich sehe dich. Nice. Bing. So, wann machst du Folgende oder hast du schon ein Folgende gemacht? Ah, das kackt mir einfach nachher zusammen. Ja, okay. Ist einfach die Sache. Willst du dein Spiel das zurückgeben oder willst du einfach spielen? Je nachdem. Ich weiß es nicht, also wie viele hast du das Spiel bis jetzt? Hm? Wie viele hast du das Spiel denn? Ja, ich weiß nicht bisher. Wir haben so ein Erfolgserlebnisse. Deswegen bin ich schwer einzuschätzen. Du bist ja einfach ne kackt. Ja, das ist schwierig, ne? Nein, ich kann auf jeden Fall eins eins bringen. Ey, warte, 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 warte. Upgrade? Wieso kann ich nicht upgrade? What upgrade? Oder muss ich das Zeug... Ah. Hast du abgegrillt? Krass. So funktioniert das. Ah. Guck mal in Sylvester. Ja. Beurig, ne? Diese gelben Scheiben quasi. Wie viel hast du? Diese gelben Scheiben? Ja, quasi die hier. Die hier. Wie viel hast du? Da habe ich zwei von. Gib ich dir. Magst du mir die geben? Ja, magst du mir die geben? Ja. 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 Ja, ja, warte. Pick up. So. Das ist klar. Äh, 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 äh. Dann machen wir mal irgendwas in der Richtung, wofür das gedacht ist. Okay, irgendwie so ein Fahrzeug draus machen. Das wird ja schon gut gehen. Okay. So, warte. Hier woher ist der Sitz? Einer sitzt auf der Toilette, der andere auf dem Sitz. Ist ja wie in echt, ne? Genau. Quasi. So. Machen wir so. Das ist mittig. Ah, okay. Dann machen wir da noch einen dran. Ja, sorry. Ja, okay. Okay. Dann nach hinten würde ich noch sagen, dass er auf der Toilette... Die Toilette musst du halt noch nehmen. Würde ich sagen, hab ich sie direkt auf der Hinte. Wo ist die Toilette? Hast du die? Nee, die müsstest du haben. Ah, das ist klar. Warte, reicht. 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 So. So. Böhring. Eins. Zwei am Ende. 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 So. Nein? Wo war das so? Ja. So. Ist das richtig? Fällt mir doch vor. Oh Scheiße. Ich hatte nur eine. Ich dachte, ich hätte vier. Ja, okay. Wir haben einen. Dann machen wir einen Einrad. Komm. Ein Rad. Du willst einen Einrad machen? Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Warte. dann nehmen wir die berühmungs wieder dann den anderen hinten noch genau so warte weg 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 ja ja brauchen wir nicht noch ein lenkrad wir brauchen auch verbindungstool das haben wir auch so kann es im final einfach mal so tun zu werden ok und b-ring und da b-ring ja jetzt brauchen wir einen motor Federer für seinen Schein. Nee, 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 hast recht, Sven. Hast recht, Sven, hast recht. Komm. Warte. War bei? Ich will doch vorher was gucken, vielleicht hab ich noch kleine Sachen. Komma! Also, wir brauchen auf jeden Fall. Das wichtigste Tool fehlt uns, ja. Komm, aber wir haben Lichter dran. Das war einfach belastend. Äh, wir ziehen heute mal voll. Wir tun einfach so. Jo. Kann ich jetzt eigentlich getankt oder nicht? Wir machen noch was, richtig geil ist raus. Ja, wir müssen den Reifen ja auch schützen. Easy. Ja, genau. Easy, Sven. Easy, Sven. Easy, Sven. Kann man Sachen auch drehen? Bestimmt kannst du das. Kannst du auch. So, Hinterrad haben wir. Oh Mann. Warte, wir brauchen noch eh was anderes. Ja, ladies and gentlemen, das war Scrap Mechanics Survival. Falls euch das gefallen, dann lasst es uns wissen. Dann gucken wir uns das vielleicht nochmal an. Ähm, wir warten auf eure Reaktionen. Ja, aber erstmal, find irgendwas ein, schalt bis zum nächsten Mal aus. Und ciao. Warte noch eben. Nein. Tori, ich will dir noch etwas zeigen. So. Halt, dass er auch falsch. Ich will dir noch etwas anderes zeigen. Oh scheiße, das ist das Schild von Ketterung. So. Und geöffnet. Geil. Ja. So. Easy. Genau. So. Das wäre endlich jetzt auch die Aufnahme. Tschüss. Werbung. Hallo Sven. Bist du auch so sauer wie ich? Ja. Warum bist du sauer? Ja. Ja. Weil ich meine Stehen nicht sehen kann. Und warum bist du sauer? Weil ich bei All In ein krass geiles neues Spiel gesehen habe, aber ich habe kein Geld. Oh, aber deswegen muss der nicht sauer sein. Ich habe da eine Möglichkeit, Fido, das krass geile Spiel, was du bei All In gesehen hast, dir auch kaufen kannst. Für wenig Geld. Was? Das geht? Ja, das geht. Und zwar bei Instant Gaming. Da kriegst du Spiele für einen wesentlich günstigeren Preis als auf anderen Seiten. Und du kannst All In dabei sogar unterstützen. Nee. Und du zahlst nicht mal mehr. Bei All In bekommst du für jedes Spiel, was du bekaufst, drei Prozent. Und du zahlst nicht mehr. Das ist einfach geil. Und auch Vorbestellung. Kriegst du einen Tag vorher. Und das ist einfach so geil. Ein Spiel vorher, ein Spiel bevor es überhaupt veröffentlicht ist. Du fühlst dich wie etwas Besonderes. Holy shit. Das ist so geil. Ich sag mal gerade. Holy shit. Da geh ich mal direkt auf die Seite. Wo finde ich denn den Link dazu? Den Link findest du unten in der Videobeschreibung. Von All In. Unter jedem Video, wo ein Joystick hinter ist. Nice. Erst mal draufklicken. Richtig nice. Gönnung. 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 Gönnung.